Ich bin mal ein bisschen wackelbeinig, wenn ich hier hochkomme. Wisst ihr warum? Gott ist in den Schwachen mächtig. Ich bin schwach. Ich kann gar nichts ohne Jesus. Ich grüße euch alle, auch die ich noch nicht gegrüßt habe. Ich weiß, heute sind viele untergegangen. Ich bitte euch dafür um Vergebung. Ich freue mich, euch heute wieder dienen zu können. Für mich gibt es nichts Schöneres, als mich von unserem Herrn Jesus gebrauchen zu lassen. Und ich will gleich mit meinem Thema starten, weil ich muss quasi mit Jesus Hand in Hand vollumfänglich, aber zügig durchgehen, sagen wir mal so ausgedrückt. Mein Thema heute heißt, mit wem pflegst du Umgang? Und wir starten gleich mit zwei Bibelstellen. Erstmal 1. Korinther 15, 33. Dort steht, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Die nächste Bibelstelle ist Sprüche 13, 20. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Ich hatte letzten oder vorletzten Sonntag ein richtig cooles Gespräch mit Cedric. Hat eine schöne Gemeinschaft, die meiste Zeit habe ich geredet, ist meistens so. Cedric, habe ich erzählt, wie dankbar ich für unseren Bruder Gennady bin. Unser Bruder Gennady ist gesegnet mit Weisheit die Fülle. Und ich habe gesagt, ich habe früher nicht so ganz verstanden, warum feiert die Jugend Gennady so sehr. Ich bin bisher noch nicht so ganz in die Tiefen gekommen mit Gennady. Doch die letzten Male merke ich, wenn ich einfach nur stille bin. Но последние раза я заметил, dass, wenn ich einfach nur молчу, kann man die Gemeinschaft mit Gennady nur genießen. Und ich verspreche euch, ihr werdet weise werden. Und Cedric sagt so, hey, wir müssten, wir müssten mal die Jugend so irgendwie, ich weiß nicht, welche Zeitspanne hast du gesagt, Monat oder so, ich weiß nicht genau. Weißt du es noch, welche Zeit du gesagt hast? Nee. Auf jeden Fall, Cedric sagt da eine gewisse Zeitspanne, müsste man mal die Jugend mit Gennady irgendwo in eine Berghütte, abgegrenzt von der Welt, zusammen Gemeinschaft haben lassen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus Hand in Hand mit ihm zusammen die Jugend von der Welt abschneiden würde. Die Welt von der Jugend abschneiden. Also die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, die vom Geist Gottes erfüllt sind, es wird euch Wachstum bringen. Es wird euch ein Wohlgenuss sein für euer Herz und eure Seele, weil ihr immer mehr im Geist voranschreiten werdet. Also die Gemeinschaft zwischen Brüdern und Schwestern in Jesus Christen, oh, ich sage euch, es wird euch ein Wohlfalt geben. Es wird einfach ein Wohlfalt für euch. Eisen schleift Eisen, so schleift auch der Bruder den Charakter des Anderen, heißt es. Metall attacивает Metall, auch steht написано, dass Brat attacивает Brata. In gleicher Weise müssen wir das Ding jetzt aber mal umdrehen. Haben wir Gemeinschaft mit denen, von denen es heißt, wer beständig in Sünde lebt, der hat den Teufel zum Vater. Nein, nein, alles gut. Einfach nur, die Bibelstelle ist nicht. Alles gut. Wer beständig in Sünde lebt, der hat den Teufel zum Vater, sagt die Bibel. Wir wissen, die Welt bekennt nicht, dass Gott in Christus im Fleisch gekommen ist. Das bedeutet, sie sind vom antichristlichen Geist erfüllt. Das bedeutet, sie sind vom antichristlichen Geist erfüllt. Und zum anderen wird es euch schlecht gehen. Allzu oft kenne ich es, wie ich unter schlechtem Umgang gelitten habe. wie ich nicht hätte leiden müssen. In meiner Predigt geht es zum einen um den Selbstschutz und zum anderen kommen wir gleich zu der Feindesliebe. In meiner Propofide geht es um die Selbstversicht und um die Liebe zu den Wörtern. Jesus sagt, wir sind wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Doch wir sollten uns den Wölfen nicht zum Fraß vorwerfen. In 2. Korinther 6, 14 steht Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ein Joch ist etwas, was Pferde auf ihrem Nacken haben, um zum Beispiel eine Kutsche zu ziehen. Wir, die wir freigemacht worden sind durch Jesus, heißt es sollen uns nicht wieder unter das Joch der Sünde spannen lassen. Wir, wir, die, die auswobacht sind und sind freiwillig durch Jesus Christus, steht написано, wir müssen uns das Jermot mit Ungläubigen wieder nachlesen. Jesus verspricht euch und sagt, mein Joch ist sanft. Er sagt, meine Last ist leicht. Nehmt auf euch, mein Joch. Lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. so werdet ihr Ruhe finden vor eurer Seele. Und so werdet ihr Ruhe finden vor eurer Seele. Ruhe, Erfrischung, Erquickung. Pокой, swägeste, освobождение. Wenn wir uns aber unter das Joch der Sünde spannen lassen, weil uns es vielleicht doch irgendwo wichtig ist, hey, was denken die Menschen von der Welt mit uns? Ich will doch ein bisschen mit ihnen abhängen. Dann wird es uns schlecht gehen, selbst wenn wir vielleicht nicht in Sünde fallen, wenn wir die ganze Zeit beispielsweise Hitler-Verehrung oder böse Worte oder Erniedrigung erfahren. Da kann es einem nicht gut gehen, wenn man sieht, wie das die ganze Zeit um dich herum vonstatten geht. dann wird uns in любом случае sehr плохо, selbst wenn wir nicht in тяжелые, in тяжкие Grähe verslawieren Hitler oder benutzen nicht censurную Rede. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Wir leuchten hier in dieser Finsternis. Wir leuchten hier in dieser Finsternis. Oder besser gesagt, er durch uns. Tatsächlich, лучше сказать, er durch uns. Sie sehen unsere guten Taten und im besten Fall preisen sie den Vater im Himmel dafür. Они видят наши добрые дела и в лучшем случае они славят нашего небесного Отца за эти дела. Aber wir sollen keine Gemeinschaft einfach nur so die ganze Zeit mit den Menschen der Welt haben. Da werden wir gleich zu kommen. Wenn unser Ziel nicht ist, sie in die Beziehung mit Gott zu führen, sie zu Buße zu führen. Weil wenn du einfach nur mit denen Gemeinschaft haben wirst, um Gemeinschaft zu haben, dann machst du dich mit dem Bösen eins. Du bist auf dem Territorium des Feindes und du wirst leiden. Ich rede nicht von Arbeitskollegen. Ich rede nicht von Klassenkameraden. Du bist in gewisser Weise ja, bleibt dir ja nicht alles übrig, als in Kontakt mit den Menschen der Welt zu sein. Und ich sage auch nicht, du sollst keinen Kontakt mit den Menschen der Welt haben. Dazu kommen wir gleich. Das bedeutet nicht, dass du überhaupt nicht mit den Menschen mit ihnen Wir kommen zu этому jetzt. Es ist normal, dass du in der Arbeit oder in der Schule oder in der Schule wirst, dass du mit ihnen mit den Menschen mit den Menschen aber ihr müsst verstehen, dass der Umgang mit ihnen, wenn es nicht die richtige Intention, nicht die richtige Motivation ist, euch nur schaden wird. Jakobus 4.4 Dort steht, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn ihr über die Arbeit hinaus zum Beispiel mit Arbeitskollegen sind, dann wollt ihr, dass ihr in der Welt einfach nur ein Freund von diesem Welt sein wollt. Ein Freund von dem, die in diesem Welt sind. Und Gott sagt in 1. Johannes 2.15 Was ist in der Welt? Die Begierden des Fleisches Es geht um mich. Ich muss mein Imperium aufbauen. Ich muss groß werden. Ich muss groß werden. Das Haus brauche ich, das Auto brauche ich. Die Augenlust. Ich begehre eine Frau, die nicht meine eigene ist. Ich gucke vielleicht mal. Oh, habe ich im Herzen Ehebruch gemacht. Ich habe eine Frau oder eine Frau eine Frau mit meiner Frau und in diesem Moment habe ich bereits bei der Liebe in dem Herz und der Hochmut, der Stolz des Lebens und die Menschen die Menschen der Welt sind Sklaven ihrer sündigen Natur. Die Menschen in diesem Welt sind Sklaven ihrer sündigen Natur. In gewisser Weise können sie fast gar nicht anders. Es heißt nicht ohne Grund Sklave oder Sklavin der Sünde. Das Wort ist nicht einfach so die Sünde oder Sklavin der Sünde. dann kannst du einfach überleben. Überleben. Чтобы выжить. Deine Absichten können noch so gut sein. Deine намерения ist es zu Jesus zu stehen und ihnen das Evangelium aufzuschließen und открывать ihm das Evangelium. Dafür müsst ihr nicht das Amt des Evangelisten empfangen haben so wie ich. Es spielt keine Rolle ob ihr nun das Amt des Evangelisten empfangen habt oder nicht. Jeder von uns hat ein Mundwerk. mit dem er zu Jesus stehen kann aber auch nicht. Im Psalm 1 1 bis 2 steht Psalm 1 1 bis 2 steht написано «Blajen муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь». Если читать дальше в этом Psalm что тот у которого есть желание кто постоянно изучает и находится в изучении Господа его слова он как дерево посажено потоков вод он приносит снова и снова новый плод он у нас свежий и наполненный сил Алексей говорил прошлый раз об источнике из какого источника пьем мы и может быть даже я здесь немножко и расширяю с мирскими людьми. Вы знаете есть такое выражение кто идет тот просто обязан делать с теми с кем он пошел. Когда мы сидим в том месте где сидят люди этого мира и делаем и находимся там же что тогда отличает нас от них? если мы не приносим им тот свет Евангелия единственное что действительно можно будет оттуда спасти то тогда даже сатана может сказать он сейчас находится на моей территории и он даже не служит он даже не на служении и вот ему и именно сейчас я могу навредить. в sprюхе 8.13 стоит притча любить врага любить грешника с одной стороны я не должен заботиться о тесных отношениях с грешником с другой стороны я должен его любить почему Бог ненавидит грех потому что грех нас самих изнутри разрушает Бог ненавидит грех потому что именно грех отношения с нашими близкими разрушает Бог ненавидит грех потому что это самое страшное что произошло для него разрушается отношение между нами и Бог я должен так же ненавидеть грех как он это значит страх иметь перед Господом и любить его всем чем я являюсь ненавидеть зло удаляться от от зла подчиниться Богу и тогда сатана просто должен убежать нет нет я я люблю грех который несет на себе это грех это не значит что я люблю этот грех который он делает и наслаждаюсь этой грязью этого мира нет Wir lesen jetzt Lukas 5, 31 bis 32. Dort steht, Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Da steht geschrieben, Jesus sagt ihnen in response, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, aber die Kranken. Ich bin nicht die Gerechte zu berufen, sondern die Gerechte zu berufen. Jesus' Ziel ist Buße. Ziel Jesus ist Bekämpfung. Ja, er ist gekommen nicht für die Gesunden, für die Kranken. Er ist gekommen nicht für die Gerechten, die sich sowieso schon für toll genug halten, sondern für die Sünder. Ja, er ist gekommen, und er ist gekommen und er ist gekommen für sind. Er ist gekommen, ... Er ist gekommen, er ist gekommen, ihn kam für die Gerechte zu berufen, aber, eine Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen, um sie zu Buße zu führen, nicht auf der Straße rumhängen mit Lautsprechern, so wie ich es früher getan habe, mit denen einfach mitmachen. Wir gucken uns jetzt mal eine Gemeinschaft an. Ihr kennt die Geschichte von Jesus und Zacchaeus? Zacheus sitzt auf dem Baum, weil er ein kleiner ist, nicht so ein großer, wie ich, der sieht den Jesus sonst nicht, weil so eine viel große Menschenmengue war. Gott sei Dank übrigens für dieses Haus Gottes, das heute so voll ist. Ich bin so froh, dass ihr alle da seid. Und weil so eine große Menschenmengue war, und er klettert auf diesem Baum, sieht Jesus, Jesus schaut hoch, Jesus schaut nach oben und sagt, bei dir komme ich heute zu Gast, bei dir muss ich heute Gast sein. Und die anderen bei diesem Sünder, wie kann denn Jesus zu dem gehen? wie kann denn Jesus zu dem gehen? wie kann denn Jesus zu dem gehen? Jesus kehrt bei ihm ein, in der 19. von 8. bis 10. Zacchaeus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus weiß, wer offen im Herzen ist und wer nicht. Jesus weiß um die Person des Friedens, so erklärt er. Jesus weiß um die Person des Friedens, so sagt er. Also eine Person, die offenen Herzens ist. Jesus weiß, wer offen im Herzen ist. der hat ein открыtes Herz. Zacchaeus fängt an zu klettern, weil er Jesus so sehr sehen will. Und was bewirkt diese Gemeinschaft mit Jesus? Und was bewirkt diese Gemeinschaft mit Jesus? In ihm beginnt sein Herz zu drehen. Er tut Bursse, Halleluja. Er hat sich um die Hälfte, vor allem, was er hat. Er gibt die Hälfte von allem, was er hat. Er gibt alles, was er hat. Er gibt es in 4-fach zurück. Das ist Buße. Buße mit sichtbarer Frucht. Wenn ihr durch das Neue Testament geht, dann seht ihr, dass Jesus nicht einfach nur so Gemeinschaft hat, um Gemeinschaft zu haben mit den Menschen der Welt oder mit Pharisäern oder so, einfach so, einfach so. Jesus liebt die Welt nicht, um was in der Welt ist, auf Sünde bezogen. Uns Menschen will er alle retten, aber die Welt und die Sünde, die darin ist, liebt er nicht. Jesus nicht liebt den Welt, und nicht liebt den Griech, der in diesem Welt ist. Und er hat Gemeinschaft mit den Menschen der Welt, um sie zu Busser führen. Und er hat Beziehung mit den Menschen in diesem Welt, um sie zu Busser zu bringen, um sie glauben an ihn, ihnen sein Herz reinlassen und so gerettet werden. Wir lesen mal Matthäus 5, 43 bis 45. Ihr kennt es alle. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, Wen kann man als vollkommenes Beispiel für feindesliebe nehmen? Ich nehme lieber Jesus. Ich nehme lieber Jesus. Wisst ihr, Jesus wusste von Anfang an, dass Judas ihn verraten würde? Das ist feindesliebe. Du weißt, dass dich dein Freund für 30 Silberstücke einfach verkauft? Du weißt das im Voraus? Du weißt, dass dich dein Freund für 30 Silberstücke einfach verkauft? Du weißt, dass du das im Voraus? Und die ganze Zeit der gemeinsamen Reise über hat Judas nicht ein einziges Mal das Gefühl, von Jesus nicht geliebt zu sein. Er gibt ihm das Gefühl, angenommen zu sein, ganz gleich, was er auch tun wird. Das ist feindesliebe. Das ist feindesliebe. So etwas sehe ich bei keinem in der Welt. Ich werde bald in Gefängnis dienen. Das hat sich jetzt die letzte Woche ergeben. Das hat sich jetzt die letzte Woche ergeben. Dass Gott mir die Tür geöffnet hat, dass ich zweieinhalb Stunden reisen musste, auch entsprechend geprüft wurde, zu weit gefahren bin, joggen musste, im Geist geprüft wurde. Aber Jesus hat gesagt, oder wird einmal sagen, ich war durstig, du hast mir was zu trinken gegeben. Ich war hungrig, du hast mir was zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis, du hast mich im Gefängnis besucht. Ich bin Papa Gott sehr dankbar dafür, denn es wird dazu kommen, dass ich wahrscheinlich ab März, weil die im Hagener Gefängnis sehr schnell sind, dort zusammen mit Geschwistern ins Gefängnis eintritt, ein Last bekomme. Unter Gottes Segen betet auch gerne dafür, sodass die Sicherheitsüberprüfung alles glatt verläuft, um den Menschen dort das Evangelium aufzuschließen, um in die rettende Hand Jesus zu reichen, um sie zu Buße zu führen in Liebe. Matthäus 5, 38-39 Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht einmal widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Viele würden hier sagen, Boah, Jesus meint doch nicht ernsthaft, dass ich mich schlagen lasse, wenn beispielsweise irgendwas ist. Dieses Wort gefällt mir nicht. Aber das ist es, was Jesus uns auch in vollkommener Neid vorgelebt hat. Jesus wurde um unserer Schuld und Sünde willen zerschlagen und durchbohrt. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde geschlagen. Er wurde bespuckt. ihm wurde eine Dornenkrone auf seinen Kopf gedrückt. Er wurde eine Dornenkrone aus der Türenkrone auf den Kopf und ihm sind die Nägel durch seine Hände und Füße gegangen. Er wurde die Hände und die Hände mit Gwäldern damit durch seinen Tod kaputt gemacht ist, was uns von Gott trennt. Es heißt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Er, wie ein Lamm, das verstummt vor seinem Scherer, Er hat alles mit sich machen lassen um unserer Schuld und Sünde willen. Er hat alles mit sich machen lassen weil er uns so sehr liebt. Und er setzt dem Ganzen noch eine Krone auf und ruft vom Kreuz noch Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich gebe euch ein kurzes Zeugnis von meiner Frau und mir vor kurzem. Ich gebe euch ein kurzes Zeugnis von meiner Frau und mir vor kurzem. Wir waren einkaufen, wir kommen vom einkaufen wieder, возвращаемся назад und ich habe gesehen, wie dort ein Mann mit seiner Frau am Rangeln ist, am Rangeln. Ich habe gesehen, wie dort ein Mann mit seiner Frau am Rangeln ist, am Rangeln. Beziehungsweise, das war eigentlich nicht wirklich seine Frau. Sie würden sagen, Freund, Freund, denn halt dieses Weltliche. Хотя это nie была его жена, можно сказать, подругa oder Sajitelin. Und ich gehe zu den beiden hin und ich frage, ist alles in Ordnung? Ich gehe zu den beiden hin und ich frage, ist alles in Ordnung? Und die Frau voller Angst sagt, nein, es ist nicht alles in Ordnung. Und sie beginnt, sich hinter mich zu stellen. Und ich beginne mich von, ich bin zu dem Mann, ich habe gesagt, Gott ist die Liebe, und das ist nicht richtig. Und ich habe diesem Mann gesagt, dass Gott ist die Liebe und dass das nicht richtig ist. Er sagt, geh zu deinem Allah. Und er sagt, geh zu deinem Allah. Ich sage, Allah ist nicht mein Gott. Ich sage, Allah ist nicht mein Gott. Jesus Christus ist mein Gott. Jesus Christus ist mein Gott. Er kommt gar nicht darauf klar. Aber ihm das absolut nicht gefallen hat. Und er versucht, die ganze Zeit, seine Frau, hinter mich zu kommen, mit ihr was zu machen, entsprechend. Und ich sage zu ihm, wenn er jetzt nicht aufhört, rufe ich gleich die Polizei. Ich sage ihm, dass Gott ihn liebt. Ich sage ihm, Gott segne dich. Ich sage ihm, пусть Gott dich zu beobachten. Und das alles, während er Schläge auf meinem Körper gibt. Und das alles, während er Schläge auf meinem Körper gibt. mich schubst, sodass mein Handy auf den Boden knallt. Меня толkал, und даже до того, dass mein Handy aus dem Boden вылетел. Und ich sage immer nur, Gott segne dich. Gott liebt dich. Aber ich sage ihm, sagt, Gott Gott blabst du dich. Gott liebt dich. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Männer, ich weiß, dass sehr viele Menschen, die Herzinshaltung haben, die haben, die Überzeugung in ihrem Herz zu kämpfen, wenn es auf hart auf hart kommt, dass wenn es die Situation knallt, dass es vorbeigte kulakami ist. Aber wenn es wirklich um radikalität und vollkommenheit von Jesus geht, ist das nicht der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er ist die Liebe in Person. Er hat uns vorgelebt, wie wir ihm nachzufolgen haben, wie wir es angehen sollen. Er hat uns vorgelebt, wie wir ihm nachzufolgen haben, Und wisst ihr, was interessant war? Und wisst ihr, was interessant war? In dem Moment, wo ich gesagt habe, Gott liebt dich, Gott segne dich. In dem Moment, als ich ihm sagte, Gott liebt dich, Gott blabst du dich, und ich sagte, Gott segne dich. Und ich sagte, Gott blabst du dich. Er geht so zurück. Er schickte zurück. Ich glaube, dieser Typ konnte einfach nicht verstehen, wie dieser Mann mir die ganze Zeit ins Gesicht sagen kann, Gott liebt dich, Gott segne dich, und nicht irgendwas tut, nur die ganze Zeit vor der Frau bleibt und sich von mir schlagen lässt. Ich glaube, dass er einfach nicht konnte, wie dieser Mann, der mir постоянно, несмотря на все, was ich ihm mache, постоянно отвечает, Gott liebt dich, Gott blabst du dich, und versucht, einfach zu защitieren diese Frau von ihm. Irgendwann ist die Polizei gekommen, ich habe sie an die Polizei abgegeben, und ich bin nach Hause gegangen. Und zu Hause frage ich, was hast du auf dem Herzen mir zu sagen, bezüglich dem Ganzen, was da vorgefallen ist? Ja, Heiliger Geist. Ich habe gefragt, was hast du, was... Und dort habe ich mich gefragt, was du mir wolltest diesem sagen? Was du mir diesem sagen willst? Weil meine Frau mich so fragte, fühlst du dich jetzt wie ein Held? Потому что meine Frau задала mir вопрос, чувствуешь ли du dich jetzt героем? Ich habe gesagt, ich fühle mich gut, ich fühle mich stark, weil ich weiß, ich habe das Richtige gemacht, aber mehr nicht. Und Gott antwortet mir, egal wie du dich fühlst, und Gott mir отвечает, незavisbar von dem, wie du dich fühlst, das, was du gemacht, das ist heldenhaft. Das, was du gemacht, das ist heldenhaft. Die Frau war dir wichtiger, als du selbst. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Jesus gab sein Leben freiwillig. Jesus hat seine Leben freiwillig. Niemand hat es von ihm genommen. Niemand hat es von ihm genommen. Niemand konnte ihn zwingen, sein Leben zu geben. Und niemand konnte ihn zwingen, sein Leben zu geben. Er hat es freiwillig getan, er hat es freiwillig getan, er hat es von ihm genommen. Schließen wir ab mit Matthäus 5, 46 bis 48. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus sagt hier mit anderen Worten, ist es was Besonderes, wenn du die liebst, die dich lieben? Lass uns die lieben, die uns überhaupt nicht lieben. Aber ich habe nicht ohne Grund den Selbstschutz vorweggeschickt. Wenn ihr nicht in so einer Situation geführt werdet wie ich jetzt, sondern wenn ihr die Wahl habt, euch leiten zu lassen, lasst euch leiten zu den Personen des Friedens, die offenen Herzens sind und werft keine Perlen gegen die Wände. Aber habt Gemeinschaft mit den Menschen der Welt aufgrund sie zu Buße zu führen und nicht einfach, um teilhaftig zu sein an ihrem, einfach so. Nicht einfach so. nicht mit dem, die nicht lieben, nicht lieben, nicht lieben, diese jemzüge Wenn dich auf das Geheimnis verbindet, dann geht es auch zu Menschen, 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 Menschen. Aber immer in deinem Herz, wenn du sie an sie mich spätigst, um sie zu bringen, um sie zu bringen, um sie zu verrehen. Nicht dieser Glocke, nicht diese Zeit, um sie zu machen. Es ist einfach so, dass wir uns Vater im Himmel sind, wir hier auf der Erde niemals sein werden. Aber die 9,90% sind möglich. Aber 99,9% sind möglich. Und wir jeden Tag nehmen das neue решение. Wir sagen, nicht meine wille, sondern deine wille. Wir sagen, dass ich immer weniger werden muss, und du musst immer mehr werden, Papa. Und ich muss immer mehr werden, Jesus. Ich muss immer weniger werden, und du muss immer mehr werden, Papa, Jesus. So, Gott, alle Ehre, wir haben hier, glaube ich, noch eine Verlobung. In Jesu Namen. Amen. Во Imme Jesus. Amen.